So, heute fahren wir auf Boxen Richtung Ziel. So ist es auf jeden Fall geschrieben und hier sind überall Boxen, okay? Wir müssen hier verschiedene Fahrten irgendwie schaffen und gemeinsam mit unseren anderen Leuten, die hier mit uns spielen, dieses Level schaffen. Ich weiß nicht, wie man es macht, aber man holt sich meistens immer so eine Box. Da guckt man sich das Bild an. Ich bin eine Krabbe. Und dann fahren wir jetzt einfach gleich in diesen Wasserfall rein. Es gibt hier viele verschiedene Fahrten und die sind alle richtig cool. Vielleicht sogar ist es eine der coolsten Rutschen-Maps, die ich jemals gespielt habe. Und... Ja! Alter, was ist das denn? Wir sind hier einfach in so einem Dings, in so einem verrückten Rutschentunnel. Ich weiß nicht, wie die Rutschen hier aufgebaut sind, aber ich denke mal, dass wir hier auf jeden Fall ein paar coole Rutschen fahren werden. Und das Coolste ist, desto mehr Rutschen wir fahren... Oh mein Gott, desto mehr werden wir belohnt. Wow, wie viele Rutschen es hier gibt. Oh, okay. Hier haben wir das Gleiche nochmal als Lava-Tunnel. Junge, wie abgefahren ist das denn? Ich habe noch nie so gute Rutschen gedreht, sozusagen. Dann haben wir hier... Oh mein Gott. Okay, jetzt fahren wir hier gerade richtig runter. Dann haben wir da vorne... Oh, oh, sag mal, das vorne sieht doch irgendwie voll danach aus, als ob dort gleich... Wow, wir fahren übrigens 75 kmh. Da vorne sieht es irgendwie danach aus, als ob wir hier um die Ecke fahren müssen sogar. Okay, fahren wir mal um die Ecke. Und um die Ecke gefahren. Juh, ist so wirklich wie Autofahren, so ein bisschen. Aber nur ein bisschen. So, und dann dürfen wir eigentlich, glaube ich, gleich hier runterfliegen. Oder geht es da weiter? Oh, oh, wo landen wir denn jetzt? Jo, was ist das denn? Jetzt haben wir uns einfach umgedreht. Wir sind einfach in der Box drinnen, gell? Und jetzt werden wir nochmal abgewaschen. Und jetzt kommen... Wo kommen wir denn jetzt rein? Das sieht ja aus wie eine absolute Höhle hier drin. Alter! Das ist hier einfach so eine richtige Eishöhle, durch die wir fahren. Ey, das ist die heftigste Roblox-Rutsche, die ich jemals gesehen habe. Oh mein Gott! Jetzt sind wir in einem technologischen Tunnel. Oh mein Gott! Was? Was ist das für eine Rutsche? Okay, jetzt sind wir auf einer Glasrutsche. Und guck mal, da unten sind noch super viele andere. Und hinter uns fahren auch ein paar Leute. Wie cool ist das denn? Und wir sind hier, wir müssen uns gleich mal umdrehen. Es kann doch nicht sein, dass wir die ganze Zeit hier auf diesem komischen Kopf hier einfach fahren. Ich bin einfach kopfüber da drin. Schaut mal! Okay, wir fahren hier weiter runter. Wir sind bei 110 kmh. Oh, jetzt drehen wir uns! Jetzt drehen wir uns! Jetzt haben wir eine Chance! Ja! Jetzt sind wir sogar wieder auf dem richtigen Kopf. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier nicht rausfallen aus dem Ding. Oh mein Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh, wo sind wir denn jetzt? Okay. Jetzt sieht das Ganze danach aus, als ob dort vorne ein Portal auf uns wartet. Oh, oh, Alter! Das ist ja voll abgefahren, was hier abgeht! Okay, wir haben da ein Portal. Und dieses Portal ist... Der Schlüssel! Alter, wo hierher? Sag mal, was ist das denn für eine Rutsche? Wow! Wow! Okay, jetzt sind wir sozusagen so ein bisschen einfach nur in einem rot-gelben Tunnel. Und wo fahren wir hin? Ich glaube, da hinten ist sogar vielleicht das Ende. Das sieht so aus, als ob das so ein friedlicher Dschungel ist oder sowas, der uns da vorne bekommt. Yo, wir fahren hier einfach total auf der Seite, gell? Und neben uns ist irgendwie so eine Art Edelsteintunnel. Und da ist ein Portal! Wow! Wow! Was? Jetzt sind wir wieder woanders! Sag mal, kommen wir hier überhaupt noch an, oder wie? Alter, da ist einfach... Alter, da ist einfach Planet Erde, Junge! Da ist Australien einfach! Dann haben wir hier Kuba und... Ah, nee, da haben wir nicht... Das ist Indonesien, meine ich! Äh, Kuba ist auf einer ganz anderen Seite! Und dann haben wir hier nochmal... Ich glaube, die Sonne! Oder sowas! Und dann haben wir hier... Wow! Fast da stand er gerade da! Woop, woop, woop! Oh, und wir fahren hier durch einen absoluten Dschungel! Yo, wie krass ist das denn gemacht? Wie viel Liebe wurde denn hier in diese Karte reingesteckt? Wahnsinn! Oh! Alter, 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 Alter! Yo! What the fishery do! Okay, wir fahren, wir fahren, wir fahren! Und wir schaffen es rein, oder? Yo! Alter, wir sind angekommen! Ja, was? Guck mal! Hier sind einfach alle Kisten von den anderen! Die landen hier einfach alle! Guck mal, da landen jetzt auch die anderen gerade! Wow! Alter, wie krass ist das denn? Was haben wir hier? Da steht dran, Halfway! Halfway? Was meinen die mit Halfway? Halfway bedeutet eigentlich nur die Hälfte bisher geschafft! Das kann nicht sein! Oh, was? Okay, jetzt müssen wir uns hier sogar weiter entscheiden! Okay, also, es gibt hier ein Gate, das ist sozusagen verboten! Das ist das Redacted Gate! Das bekommt man erst, wenn man 50 Mal gewonnen hat! Ich weiß nicht, wir haben, glaube ich, noch kein einziges Mal gewonnen! Wir müssen uns jetzt erstmal eine Box aussuchen, die uns gefällt! Oh, eine Glurak-Box! Eine Sanddünen-Box! Eine Keemstar-Box! Okay, die sieht komisch! Ähm, die Dank-Meme-Box! Okay, mal gucken, was haben wir hier noch? Das ist die Baby-Yoda-Box! Okay! Dann die Fruity Pebbles-Box! Oder die Chat-Gamer-Box! Oder die General-Liar-Spawn-SCP! Lol! Alter, da ist eine Box auf einer Box! Da muss ich rein! Oh, oh, oh! Warte, warte, warte! Bitte nehm ich mit! Oh, nö, 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 nö! Ich möchte nicht ohne Box! Ich geh zurück, ich geh zurück! Alter! Ich hatte gerade eine Box auf einer Box, weil ich das so perfekt gestaltet hab! Warte mal, vielleicht bekomme ich das nochmal hin! Also, die Box auf die Box! Ah, Mist! Okay, ich hab's nicht hinbekommen! Warte, nochmal! Die Box hier! Warten, warten, warten! Und drauf! Okay, und jetzt rein! Okay, warte, ich krieg das hin! Ich muss nur auf... Oh, ich hab's gerade geschafft gehabt! Nein! Okay, warte, ich krieg's nochmal hin! So! Okay! Okay, ich bin drin! Ich bin drin! In der Doppel-Box! Oh mein Gott, was? Ey, ich hätte vielleicht sogar eine Triple-Box geschafft! Doppel-Box! Oh nein, jetzt ist sie kaputt gegangen! Autsch, Autsch, Autsch! Und wo fahren wir denn jetzt lang? Eieieiei, okay! Das sieht so aus, als ob wir hier ein bisschen aufpassen müssen sogar diesmal! Ich glaube, das ist... Oh! Oh, ich glaube, wir sind jetzt gerade im Edelstein-Tunnel angekommen, wo wir gerade eben, als wir vorbeigefahren sind, haben wir den sogar, glaube ich, von außen gesehen! Weil das nämlich auch so ein Erd-Tunnel war, mit so Edelsteinen in der Mitte und es sieht so aus, als ob wir da gerade Licht am Ende des Tunnels sehen! Und jetzt kommen wir da vorne raus! Oh, Junge, das ist hier einfach so ein Kabel! So ein Kabel-Paradies! Junge, da fährt aber eine andere Box! Ey, wisst ihr, wie ich mir vorkomme? Wie in so einem Paketzentrum! So, als ob wir bei so einem Paketzusteller einfach wären, auf so einem Fließband einfach, gell! Das ist halt echt so! Oh mein Gott, warte mal! Ich weiß gar nicht, ob ich hier was anpassen kann! Ich glaube, ich kann nur vorwärts drücken, um Gas zu geben, ne? Aber, oh, jetzt sind wir hier in einer kleinen Sahara! Und wir, Alter, wir fahren 300! 400 kmh! 400 kmh! Und wir fahren, wir fahren, wir fahren, wir fahren! Uuuuua! Jo, was? Jo, Alter! Da kommen auf jeden Fall Boxen gerade durch! Alter! So, was haben wir denn hier noch alles? Guck mal, hier kann man tatsächlich, glaube ich... Was ist das überhaupt hier? Also, da ist ein riesiger Tentakel! Dann haben wir hier, ähm, diese Wins! Wenn man 1250 Wins hat, darf man da rein! Teleport to secret VIP Boxes for free! Mh, okay, okay, ähm... Hier steht dran, wenn man die Obby schafft, dann kriegt man ein kostenloses Badge! Okay, ich mach das! Ich glaub, ich schaff diese Obby! Bup, 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 bup! Wenn ich einmal runterfalle, dann geb ich auf! Aber ich denke, ich schaffe diese Obby! Auf jeden Fall! Das ist so eine Obby, die für mich gemacht ist! Ich kann sogar hier ein bisschen... Oh nein, warte! Kann ich hier den Check machen? Den Check! Aha! Wie geht? Okay, der Check! Der Check! Der Check! Dann ist es blau! So! Der Check! Okay! Der Check! Okay! Der Check! Okay! Und der Check! Der blaue! Okay! Nice! Dann sind wir hier schon mal durch! Denkt dran, immer checken, welcher der echte Weg ist! Manche Spielehersteller haben das aber so gemacht, dass es nicht geht! Aber hier funktioniert es zum Glück! So, jetzt müssen wir nur noch hier hoch! Ich glaube, wir schaffen sogar diese Obby schneller, als wir gedacht haben! So! Dann müssen wir hier, glaub ich, nach rechts! Dann haben wir hier die Voidbox! Oh mein Gott! Das sind legendäre Boxen! Du-du-du-du! Whoa! Boom! Nice! Wir haben sogar jetzt eine echt seltene Box gefunden, und zwar die Voidbox! Cool! Ähm! Was haben wir hier noch? Hier haben wir noch den Ultra-Dropper! Man kann sich Box... In den Boxshop kann man gehen! Und man kann sich hier so... Man kann sich einfach Admin kaufen! Okay! All Boxes! Sci-Fi Boxes! Okay! Man kann sich also immer so Boxen kaufen! Und hier gibt es so Wins, die man sozusagen einlösen kann! Und hier ist noch eine Tanzfläche! Aber ich hab niemanden mit, die ich tanzen kann! Deswegen kommt auf jeden Fall in die Roblox-Gruppe zu mir rein! Und vergesst auf jeden Fall nicht, mein Code Roman einzugeben! Wenn ihr Roblox kauft, um mich zu unterstützen! Das ist auch noch eine wichtige Sache, falls ihr Roblox kauft! Ähm! Aber ich glaube, man kann von hier aus jetzt weiterfahren! Ne? Wir können jetzt hier einfach einsteigen! Und ich glaube, wenn man hier einfach weiterfährt, dann kommt man irgendwo raus, wo man weiterfahren kann! Oder? Warte mal, ich lauf das mal ab, weil das sonst zu lange dauert! Weil, guck mal, da vorne, ich glaube, die Boxen, die drehen sich hier die ganze Zeit nur im Kreis! Schau mal, jetzt können wir ja viel schneller laufen! Also laufen wir mal den Boxen hinterher! Ah, guck mal! Warte mal, wir können die Box, glaube ich, einholen und schnell in diesen dunklen Raum da reingehen! Und, hoppa! Oh, da kommt schon! Komm schon! Die MLG-Box, die haben wir! Ja, wir sind drin, wir sind drin! Oh ja! Oh ja, okay! Es geht sogar weiter, glaube ich! Oh mein Gott, aber ich stehe auf der Box drauf! Ich fall gleich runter! Aua! Nee, man dreht sich doch nur im Kreis! Doch, das war's dann! Okay! Äh, alles klar! Ich glaube, das war's dann doch! Also, man muss die Sachen gewinnen! Äh, ich kann doch einfach als Mario mich verkleiden! Oder als Luigi! Alter, aber das sieht voll cool aus, irgendwie! Jo, ich kann sogar als Sonic mich, glaube ich, auch verkleiden! Geht das? Oh, jetzt! Ich bin im Sonic drin! Oh mein Gott! Was ist jetzt passiert? Oh mein Gott! Ich bin gerade Mario und Sonic gleichzeitig, Leute! Ich habe irgendwie das gespielt, dass das sogar... Kann ich auch Darth Vader anziehen? Oh, jetzt habe ich sogar Darth Vader angezogen! Äh, jetzt kann ich wieder zum Start gehen! Oh mein Gott! Also, wir können sogar... Wir können sogar noch eine Fahrt machen! Was haben wir hier? Finn-Box! Okay, wir gehen in die Finn-Box rein und schauen uns mal diese Rutsche hier an! Oh mein Gott! Das ist viel zu schnell! Ich habe meine Box verloren! Ah, ich sehe so komisch aus! Alles an diesem Spiel ist gerade komisch! Incoming Drop! Okay! Oh, oh, oh! Ich habe das Gefühl, wir sind ein bisschen zu langsam unterwegs! Können wir uns eine Box-Shop bei... Nee, das brauchen wir gerade nicht! Oh, oh! Ich glaube, wir können uns nicht mal mehr resetten! Ach, das ist so blöd, dass die bei Roblox hier die Reset-Funktion... Ah, der Charakter-Respawn! Okay, Respawn! Okay! So! Jetzt versuchen wir es nochmal! Jetzt! Hier, dieses Gumball nehmen wir hier! So! Und jetzt sitze ich drin! Warum auch immer ich Mario bin und wir fahren durch eine SpongeBob-Welt, aber jetzt fahren wir! Okay, wir sind bei... Alter, 500 Tempo! 500 Tempo! Oh, wir fallen da definitiv rein! Alter, wir fallen hier sogar die ganze Zeit durch! Wir waren gerade fast bei 700 Tempo! Fahren jetzt hier an der Seite entlang! Jetzt kommen wir hier durch diesen Ultratunnel durch! Alter, was passiert hier? Ich kann nicht mal mehr sehen! Ich bin am Boden! Wow! Okay, jetzt sind wir hier irgendwie an diesem Dschungel! Jetzt ist da ein riesiger Fall, der nach unten zeigt! Und... Woppa! Jetzt fahren wir hier durch! Alter, oh, Junge! Diese Levels sind für mich ein wenig zu brutal, muss ich sagen! Alter, jetzt fahren wir hier durch die Stadt! Oh, okay! Jetzt machen wir noch ein paar Saltos! Okay, jetzt haben wir uns beruhigt! Das ist sehr gut! Alles gar... Alles total easy! Oh, mein Gott! Okay, wir fahren 400, 500 kmh! Wir fallen 400 kmh wieder! Jetzt wollen wir... Wo fahren wir hier entlang? Das hat gar nichts mehr mit SpongeBob zu tun! Aber ich glaube, jeder Weg führt sozusagen zum Ziel! Und zwar dorthin, wo wir gerade eben waren! Weil, schaut mal! Jetzt kommen wir nämlich gleich wieder hier durch dieses Portal durch! Und dann... Oh! Doch, aber das hier kennen wir nicht! Ah doch! Das ist auch das hier gewesen, ne? Wo sozusagen auch die Planeten und die Sonne und sowas gleich wieder kommen! Ah! Das heißt also, es wiederholt sich immer mal wieder mal! Und das Problem ist, dass wir wieder auf dem Kopf sitzen! Deswegen sehe ich die Karte wieder nur von unten! Und ne? Oh, das fühlt sich komisch an! So! Oh, jetzt sind wir wieder drin! Naja, ich kann euch mal die Strecke von unten zeigen! Wie findet ihr die? Hoppa! Okay! Und da sind wir jetzt wieder da! Okay! Das heißt also, die Karten an sich wiederholen sich immer wieder öfters! Man hat immer nur einen anderen Anfang! Das heißt, meine werten Damen und Herren! Falls ihr gerne selber noch ein paar Rutschen fahren wollt! Schaut auf jeden Fall selber mal in meinem Spiel vorbei! Wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder! Oh! Und ich bin hier wieder im Boden drin verpackt! Eieiei! Und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Folge wieder! Ich glaube, wir kommen gerade an! Und damit sind wir fertig! Juhu! Warum auch immer ich jetzt als Mario dieses Video beende! Haut rein, Leute! Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020